aber da hinten in der ecke okay komischen lichter die an den ecken sind diese lux die gehen kaputt wenn man die baut ne weiß ich nicht aber vieles hier auch nicht wo kommst du denn du bist ja du bist wie auch so ja ich bin bei johnny gelandet durch das vorteil gekommen wenn ihr könnt ihr wieder kommen das ist jetzt weg gemacht bei dem anderen hier hinten nur einer mit aber auch ein bisschen glas hier glas glas ja aber nicht so dass das zerstört wird komplett und doch abzubauen dauert nur verdammt lange warum machst du es dann nicht richtig sofort weiß er nicht darum vielleicht was ist jetzt mit dem an den nicht anschalten als für den messer weiter hoch ich habe noch gar nicht da bin ich denn noch gar nicht hier raus naja das könnte ich gleich auch mal machen alles hier weg pumpen macht das und alles hier aufgebaut was ich mal kurz gucken wollte ist lux das geile rezept oder das ding hat die dinge hat er sich geschützt gehabt der typen er hatte doch alles ja ich wollte dass der op hatte schon gut hingekriegt gehabt aber mal jemand fremdes hier aufzulassen weil das das projekt und der projektservice so noch mehr drohen warum soll ich mir jetzt eigentlich die europäische das war jetzt mein kopf ist abgeschmiert dass sie der truhen geöffnet okay ich halte aber jetzt nicht die aufnahmen halt jetzt nicht die aufnahmen komplett raus ausgeflogen das dauert dann gleich krass moment geil was denn ich habe so viel pipes hier rum auf einer ecke dass ich nicht weiß wie ich da hinkommen soll ach ja jetzt dauert es wieder einen moment bis es wieder bei mir rein ist hast becker solangebrauch zum laden joh Da du 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 Du? mach das mal so und so so Der blee Der blee Jah la. Es ist zu supnisch. coron smben du 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 Hm so für dich zack nein und du nimmst du auch gerne ja ich nehme auf hey leute hat flaschen schadensschrift sollen wir mal bei ihnen hat er nicht sie ist jetzt noch nicht kommen aber eines tages hätte ich diese kommentare unter meinem video haben und dann werde ich dich verfluchen für diesen tag ja cool und was ganz einfach alt ist im eventuell pumpen so viel items kommen jetzt dadurch das ist unglaublich hier ich glaube anderthalb minuten oder so ist das wieder oben ist das pack oder zwei minuten so wieder da ja kommt mein kopf abgeschmiert mal schon wieder mal wieder mal schon wieder keine ahnung wo dann was eben lag weil er miss gebaut hat wenn dann könnt ihr den rest aber vielleicht noch sehen diese paar minuten und die paar minuten da guckt sowieso keiner hier kann man mich auch noch labern ja genau blub 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 das dass das so was haben wir denn da was ist das für kies ich bin aber überlegen wie gesagt dass das was bei johnny drin ist einfach ein bei mein system rein zu pumpen wie immer noch überlegen und das zu machen jetzt mal warum nicht das auch doch eh nicht mehr karten habe ich hier das war ja magnet ausscheiden und dann tschüss sagt er ist noch richtig rum weil er ist auch noch richtig rum warum nicht der schneidet noch super hier ist ein tower und keiner drauf wenn das seine nähe was schon weg wenn das ding in die erde getan war das ja umgekehrt dann ist er ganz unten gemeyer ep out spider er jetzt haben wir wirklich mit mann bohrer so das ist auch schon weg kommt er mit dem punkt das ist unglaublich viele items der jetzt hier gerade durchschießt zeitvolle diakisten klasse ich muss gerade unter meinem mess messer und den kompressor links der bums da machen ja aber das kennen wir auch von dir nein bloß nicht ist das so einfach nur die wahrheit alles was denn power geht das eigentlich wie weit sind ja auch durch verfahrt ja ich verwende gleich eine weizen können wir auch trennen immer so ich trenne grad weizen macht das der eine der mit zeug herstellt der auch etwas länger aber nur etwas etwas das sieht doch ehrlich aus habe ich schon wieder fast selbst übertroffen hier bist du schlecht so sind wir den kescher mit der tue ich noch ein paar bienen schieren ich finde es auch geil dass diese eistürmer aus clay bestehen her was ich habe jetzt nur noch 29 level b oder das kann man gebrauchen 13 level ok ich habe keine erfahrungspunkte mit nur 13 level wo ist der körper drin wo ist welche etage ist der körper drin muss man besser ausleuchten alles nicht wieder hier reingekommen ist ja ja ist ja alles ausgeleuchtet das ist das problem ja ich habe den gespaw das könnte ich dir zutrauen ob ich aber nicht ich komme weit weg wo ist auch nicht ein gegner ey cool eisen kann ich gebrauchen 13 level noch das ist ein bild drin er kann auch sein dass dahinter das in der reihe ist weißt du noch in der anderen welt wo ich diese kohle runter gekickt habe das wieder geöffnet gar nichts noch ein golem geschossen ist das denn für eine kacke jetzt ich weiß ja nicht weit du in der welt weg bist ich habe keine ahnung wo das denn jetzt liegt keine ahnung vielleicht hat der golem kiste zerstört guck doch eben beim crash report ist irgendwo dran liegen ach hier sind keine kaktäne mehr in der nähe na kommt er kriegt er wieder kaktäne hier könnte er wieder arbeiten ich habe noch nicht mal crash report und der app data und dann über ticket ich weiß aber ich habe keinen crash report einfach nur geschlossen hat einfach nur geschlossen beim nächsten cut rein wenn man dann zuschauen ach warum also nicht so nicht schlimm kann er jedem mal passieren kommt aber mir nicht ich weiß auch nicht wo dran das gerade liegt ich weiß es nicht so gut ich weiß es nicht so gut ich weiß es nicht so gut richtig geil da bist du schon wieder aber das mal locker sich noch ein ne Exhalblume ich glaub's nicht man findet noch ne Exhalblume hier da hab auch noch eine gefunden die 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 den ok so und dann bin ich